Hi, hallo und herzlich willkommen bei Aufgeträumt. Schön, dass du wieder mit eingeschalten hast. Im heutigen Video soll es um meinen Flur gehen und ich würde sagen, ich nehme dich einmal in Echtzeit mit. Zudem gibt es heute auch noch ein kleines Schuh-Update, was sich das jemand gewünscht hatte. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Let's go! Hi, hallo und herzlich willkommen auch aus dem Ost. Mein Name ist Laura und ich freue mich riesig, dass du wieder mit eingeschalten hast. Oder auch wenn du neu dabei bist. Ein herzliches Willkommen. Auf jeden Fall starte ich, wie eigentlich in jeder meiner Putzroutinen damit, dass ich erstmal alle Dinge zur Seite räume, die ich nicht brauche oder die mich stören beim Putzen. Nachdem das passiert ist, nehme ich mir einen feuchten Bambuslappen, den ich einfach in einem Eimer mit ein bisschen Spülmittel habe und fange dann einfach einmal an, meine Garderobe abzuwischen. Nachdem dann auch die Garderobe einmal geklappt hat, gewischt ist, kommen die Sachen, die wieder hingehören, auch wieder zurück. Und alle Sachen, die vielleicht woanders eigentlich hingehören oder da schon zu viel sind, bringe ich wieder zurück an ihrem Platz. War in diesem Fall aber nicht nötig. So, dann geht es weiter bei meiner Bilderwand über der kleinen Sitzbank, die, ich sag's euch, noch niemand benutzt hat. Eigentlich sind da echt nur so unsere Wärmflaschen und sonst was drin und eher so dekorativ. Also, so wirklich genutzt hat es eigentlich noch nie jemand. Ja, dann wisch ich natürlich auch einmal die Deko und auch die Bank ab, entstaub dann noch die Kissen und wisch auch da einmal drüber. Entschuldigt übrigens für die vielen Lichtverhältnisse und Licht- und Schattenwechsel, aber es ist einfach ein bisschen schwierig, im Flur zu filmen, weil da natürlich eigentlich kein natürliches Tageslicht reinkommt und deshalb ist es relativ dunkel. Ja, ich hoffe, ihr verzeiht's und es ist trotzdem in Ordnung. Ja, ich hoffe, ihr wisst euch, ihr wisst euch, dann geht's auch schon weiter mit meinem Schuhregal. Da wird heute einmal richtig ordentlich drüber gewischt. Also, ich hebe alle Schuhe hoch und wisch einmal drüber bzw. drunter. Das mache ich natürlich nicht jede Woche, aber heute in dem Video habe ich's mal mitgemacht. Ich hebe alle Schuhe hoch und wischbe. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Also alle, die schon länger dabei sind, die waren ja vielleicht auch dabei, wie ich meine Schuhe ausgemistet habe und wissen, dass theoretisch all meine Schuhe in dieses Regal reinpassen So, ich habe mich aber ja dazu entschieden, meine Sommerschuhe draußen, also vor der Eingangstür zu lagern und da hat sich mein Freund gedacht, uh, schön, dann stelle ich meine Schuhe hier rein Also gehören jetzt drei Fächer ihm und vier Fächer mir Und wie man hier schon gut sehen kann, habe ich ja immer noch den Trick angewendet, dass ich die Schuhe verkehrt herum reingestellt habe Die ich anhatte, also alle, die ich anhatte, stehen jetzt quasi so rum und alle, die ich nicht anhatte, stehen so rum Kommen wir auch schon dazu Die hatte ich nicht an Ich finde sie so wunder, wunder, wunderschön Aber ich habe sie nicht an, weil die Farbe finde ich so krass Also falls jemand einen Tipp für mich hat, wie ich die färben kann Lasst es mich bitte gerne in den Kommentaren wissen Ich würde mich mega drüber freuen Sonst hatte ich hier alle an Bis natürlich auf da oben Meine Ausgeschuhe Hatte ich natürlich auch nicht an, weil Corona be like Zudem warm war es ja auch noch nicht Also hoffen wir mal, dass ich sie bis zum nächsten Ausmisten noch anziehe Ja, genau, so sieht es aus So, nachdem jetzt meine Schuhe dran waren Es sind jetzt die Türen und Türrahmen an der Reihe Und ich wische die eigentlich einfach einmal komplett ab Und die Türklinke wird abgewischt und anschließend nochmal nachpoliert Bei den Türrahmen schaue ich eigentlich meistens Dass ich erst beim Rahmen anfange Von oben nach unten wische und dann die Tür einfach abwische Und so mache ich das jetzt mit einigen Türen Ich habe tatsächlich ein paar rausgeschnitten Weil man die einfach unfassbar schlecht filmen kann Wir haben, ich habe im Flur wartet Lasst mich einmal zählen Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Türen zu putzen Also ich versuche, dass ich die Türen ungefähr einmal im Monat mache Manchmal ist es auch nur alle zwei Monate Die Türklinken werden natürlich bei jedem Putzen mit abgewischt Aber die Tür an sich nicht so häufig Falls du es anders machst, schreib mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare Genau, hier wische ich dann auch nochmal die Türen Und dann geht es auch weiter im Eingangsbereich Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Nachdem dann die Türen soweit einmal gewischt und geputzt sind, geht es weiter in unserem quasi Vorbereich. Da wische ich einmal drüber, stecke die Duftstäbchen neu um, damit sie wieder gut riechen, wische einmal den Schuhschrank ab und auch das Schuhbrettchen. Ja, was man eben so macht im Flur. Wenn ich schon dabei bin, wüsste ich auch gleich einmal noch über meine Schuhe und über Robins Schuhe, dann sind die direkt wieder sauber und perfekt für morgen. Ich versuche eigentlich, dass ich die immer recht sauber halte, weil ich finde es wie eigentlich bei allen Dingen in unserem Haushalt einfacher, wenn man es einfach nur schnell drüber wischen muss, als wenn man stundenlang schrubben muss. Ich versuche also die Aufgaben möglichst dann zu erledigen, wenn sie anfallen. Funktioniert nicht immer, aber häufig. So, wie du ja weißt, sind in dem Schuhschrank meine anderen Schuhe. Also ich muss gestehen, die hier, die hier und die hier, die gehören meinem Freund, hatte ich noch gar nicht an, weil es einfach nicht warm genug dafür war. Und weil, wenn es warm ist, dann ziehe ich lieber Birkenstocks an. Diese glorreiche Abteilung befindet sich hier. Und ich muss gestehen, ich hatte hier schon alle einmal an mittlerweile. Ich hatte hier mittlerweile schon alle einmal an. Das sind ja meine aller, aller Liebsten. Ich finde die so, so schön. Aber auch die hier finde ich richtig gut. Und auch die zu dem Kleid, die es sich gerade anhabe, finde ich die auch richtig hübsch. Genau. Und unten drunter befinden sich dann eigentlich ja nur noch meine Wasserschuhe. Und mittlerweile auch die von meinem Freund. Ja. Und ich hoffe, der Sommer ist jetzt endlich mal da, dass ich die Babys auch öfter anziehen kann. So ihr Lieben, und das war es jetzt wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann lass doch gerne ein Like da. Schreib einen lieben Kommentar. Und auch wenn du es noch nicht getan hast, abonniere gerne kostenfrei meinen Kanal, um ein Teil der Aufgeträumt-Familie zu werden. Und ich würde sagen, Ciao! Bis zum nächsten Mal. Eure Laura von Aufgeträumt.